Das sind Lara, Sam und ich, Ines. Gemeinsam machen wir den Podcast Fadegratz. Da wollen wir wissen, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Alle zwei Wochen befragen wir spannende Gäste genau das. Dazu begeben wir uns in ungewohnte, extreme Situationen, fragen Fadegratz nach und erleben immer wieder Überraschendes. Neben dem Podcast gibt es auf Instagram Videos und Storys zu dem, was wir dabei erleben. Der Podcast hat zwei Ziele. Erstens will er Menschen zum Nachdenken bringen über die großen Fragen des Lebens. Warum tun wir, was wir tun? Und zweitens will der Podcast aufzeigen, wo Kirche drinnen steckt, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde. Präsentiert und finanziert wird der Podcast von der katholischen und reformierten Kirche der Kantone St. Gallen und Appenzell. Fadegratz 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 Fadegratz